Hallo meine lieben Kapitalistenschweinchen, herzlich willkommen zu Teil 3.1 des POD bzw. T-Shirt Business Tutorial für den Anfänger und vielleicht auch für den ein oder anderen Fortgeschrittenen mit ein paar schönen Tipps. Und beim letzten Mal haben wir uns ja das Schmetterling-Design erstellt. Nochmal eine kurze Erklärung dazu, warum haben wir uns das denn erstellt? Weil wir eine Vektorgrafik benötigen. Das Schöne bei Vektorgrafiken ist, ich kann diese Vektorgrafik nun hochziehen, hochskalieren, größer ziehen, wie ich möchte. Und das Ganze ohne Verluste. Wenn ich nur eine PNG-Datei hätte, würde ich ab einem gewissen Grad dann viele einzelne Pixel sehen, was natürlich nicht so schön wäre. Hier in diesem Fall, wunderbar, kann man das sich ziehen, wie man möchte und man hat halt einfach keine Verluste. Bevor wir allerdings zu diesem Motiv des Schmetterlings kommen, gibt es ja unterschiedliche Arten von Designs. Man kann nur reine Schriftdesigns verwenden, man kann Schriftdesigns mit Motiven, wie hier diesen Schmetterling, kombinieren. Und man könnte natürlich auch nur diesen Schmetterling an sich selbst benutzen. Und ganz am Anfang möchte ich einfach mit dem Einfachen starten und zwar mit den Textdesigns. Wir bauen uns heute also ein kleines Textdesign, um die ersten Schritte nun zu haben. Und dafür haben wir hier zwei witzige, drei witzige Sprüche herausgesucht. Ich nehme einfach mal den ersten, ich habe Schmetterlinge im Bauch, du frisst aber auch echt alles. Nun können wir gucken, wie sortieren wir uns das am besten in verschiedenen Größen, verschiedene Schriftarten kann man benutzen. Ich würde als allererstes schauen, auf welche Wörter ich nun meine Priorität lege. In diesem Fall wäre das für mich Schmetterlinge, da es ja sich um Schmetterling-Designs handelt. Und wir wollen Leute ansprechen, die Schmetterlinge schön finden oder toll oder witzig oder irgendeine emotionale Bindung dazu haben. Ja, generell tierliebe Leute. Und dann natürlich, da es ein witziger Spruch ist auf, du frisst. Dementsprechend werde ich das hier auch staffeln. Da werde ich als allererstes mit ich hab anfangen. Also werde ich hier mein Textobjekt erstellen, hier drüben bei A. Ich kann nur einfach auf Tastatur T drücken, dann habe ich das gleiche Feld. Ziehe mir hier vorerst ein Feld und schreibe nun hinein, ich hab. Und dann kann ich mir das hier bei Objekt auswählen. Dann kann ich auch S drücken, wieder anwählen und kann mir es beliebig groß ziehen. Um es gleichmäßig in allen Richtungen groß zu ziehen, drücke ich STRG und SHIFT gleichzeitig und kann dann mit der Maus hier an irgendeiner Ecke anfassen. Wenn ich jetzt nur zu einer bestimmten Richtung das größer machen möchte, aber es auch die Höhe mit gleichmäßig verändern soll, dann drücke ich STRG und nehme hier so eine Ecke und kann dann hier diese Richtung ziehen. Ich kann natürlich auch nichts drücken und zum Beispiel einfach nur hier an diesem rechten Fall das rüberziehen und dann wird es aber so gestreckt und sieht im Regelfall natürlich nicht so schön aus. Und mit STRG Z mache ich das Ganze natürlich wieder rückgängig. So, da ich jetzt hier dieselbe Schriftart habe und erstmal dieselbe Größe probieren möchte, drücke ich erstmal STRG D. Dadurch habe ich es mir dupliziert und kann dann hier das noch einmal herunterziehen und gebe nun Schmetterlinge ein. So, als nächstes kommen dann die Worte im Bauch. Also dupliziere ich mir das erstmal vorher wieder. Klick doppelt hinein und schreibe dann im Bauch dazu. Und werde dieses mir auch wieder duplizieren. Jetzt wollen wir Wert legen auf die Wörter du frisst. Dann können wir vielleicht sagen, okay, wir machen das du komplett in Großschrift. Dann wird es noch ein bisschen auffälliger und vielleicht frisst auch noch Großschreiben oder vielleicht noch besser, damit es dann richtig schön auffällt. komplett in Großbuchstaben und unten drunter den Rest, aber auch echt alles. Dann drücke ich wieder STRG D, aber auch echt alles. So, das sieht natürlich jetzt alles noch ziemlich wild und unsortiert aus und nicht so schön. Ich werde erstmal die Schriftart ändern. Also das ist natürlich ganz gut. Man kann es natürlich einmal in schwarz machen und einmal in weiß. Ich würde es jetzt hier einmal in weiß erstellen. Das gleiche kann man natürlich auch in schwarz machen und würde jetzt erstmal die Abstände regulieren. Das heißt, ich markiere mir hier alle. Also das ist auch ganz simpel. Ich kann mir mit Drag & Drop alle markieren oder ich kann sie einzeln anklicken und SHIFT gedrückt halten. Und dann sehe ich, okay, jetzt hat es mir alle markiert. Drücke dann STRG, SHIFT und A. Und dadurch bekomme ich dann hier bei Verteilen kann ich dann zum Beispiel klicken Objektmittelpunkte vertikal gleichmäßig verteilen. Und dann sollte das alles in gleichen Abständen da sein. Jetzt sind natürlich die Größen sollten eigentlich gleich sein. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Deswegen probiere ich jetzt einfach mal die anderen Optionen, um das gleichmäßig verteilen zu können. Das sieht doch schon deutlich besser aus, wobei mir die untere immer noch nicht so gefällt. Ja, vielleicht sollten wir die Relativität noch auswählen und zwar zu meinem Auswahlbereich. Also das, was ich jetzt hier markiert habe. Und dann sollte es mir das doch ein wenig schöner machen. Ja, sieht jetzt immer noch nicht viel besser aus. Vielleicht liegt es auch einfach optisch an diesem Du frisst da, da es ja alles groß geschrieben ist. Aber wir schieben uns das jetzt hier einfach ein bisschen zurecht. Und so ist es doch ganz okay. Es sieht alles ein bisschen gleichmäßig aus. Jetzt möchte ich natürlich eine kleine Hilfslinie haben. Also hier in diesem Vierechse soll letztendlich dann mein Design sein. Das ist der Ausschnitt, den ich mir dann exportieren werde in eine PNG-Datei. Und dazu brauche ich erstmal eine Hilfslinie. Diese Hilfslinie ziehe ich mir hier drüben bei diesen Millimeter-Skalierungen. Ich klicke einfach drauf und ziehe mir dann hier eine rote Hilfslinie rüber. Und da werde ich jetzt erstmal die Schriftarten grob heranziehen, dass es so ungefähr passt. Ich meine, wir sind hier ziemlich nah herangesoomt. Das sieht man dann auf einem T-Shirt-Design dann nicht mehr, ob das nun ein Millimeter weiter links oder weiter rechts ist. Da geht es wirklich nur um die grobe Justierung. Denn so im Detail sieht man es dann tatsächlich nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich überlegen, nehmt man noch andere Schriftarten. Wir könnten irgendwelche Comic-Schriftarten benutzen oder vielleicht nur einzelne Wörter an anderen Schriftarten. Wir könnten es noch anders verteilen. Da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten. Wenn du gerne eine andere Schriftart verwenden würdest, jetzt hier als Fallbeispiel würde ich das nicht tun, kannst du STRG, SHIFT und T drücken. Und dann hast du hier schon mal ganz viele vorinstallierte verschiedene Schriftarten von Inkscape. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, auch noch andere Schriftarten downloaden, zum Beispiel bei DaFont. Ich kann den Linken mal noch mit in die Beschreibung packen. Da gibt es viele Schriftarten, die man sich kostenlos downloaden kann und die man auch kostenlos zu kommerziellen Zwecken nutzen kann. Da muss man aber vorher allerdings ein bisschen lesen, ob es denn wirklich von demjenigen, der diese Schriftart kreiert hat, auch erlaubt ist. Aber da gibt es schon einige, die man da nutzen kann, also auch wirklich vollkommen kostenlos. Und jetzt möchte ich das natürlich alles ein bisschen hier in meinem Schema mit reinhaben in mein Design. Deswegen werde ich jetzt hier drüben noch eine Linie ziehen. Die sollte dann auch ungefähr den gleichen Abstand haben wie hier. Aber das können wir uns dann nochmal genauer zentrieren. Das ist erstmal nicht so wild. Und dann werde ich jetzt mein Schmetterling ein bisschen kleiner ziehen. Also drücke ich jetzt STRG und nehme eine Ecke und ziehe das ein bisschen heran, sodass es dann hier mit drin ist. Das ist natürlich ab gewissen Größen nicht mehr ganz so einfach. Muss jetzt auch nicht Millimeter genau sein, aber sollte schon halbwegs passen. Das gleiche auch noch damit. Dann haben wir das natürlich in verschiedenen Größen, die Schriftarten. Schriftarten, aber es sollte nur erstmal ein Fallbeispiel sein, damit man ungefähr weiß, wie es denn auszusehen hat oder könnte. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ansätze mit anderen Schriftarten. Man kann es natürlich auch noch anders verteilen. Man kann gucken, dass man die Wörter so verteilt, dass es ungefähr gleichmäßig überall ist. Also da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber ich wollte jetzt gerne den Fokus auf Du frisst und Schmetterlinge setzen. Deswegen habe ich diese Wörter einzeln jeweils in eine Linie gesetzt. So, das hat natürlich jetzt alles nochmal ein bisschen verschoben. Und man könnte jetzt natürlich, damit es vielleicht dann schön rechteckig wird, dieses Ich hab noch größer ziehen. Und es ist natürlich die Frage, ob das dann so ganz so schön ist. Aber das kann man sich, wie gesagt, noch ganz wild anders verteilen. Ist jetzt wirklich nur erstmal ein Beispiel. Dann werde ich mir hier alle nochmal markieren und schaue mal, ob ich jetzt mit STRG-SHIFT-A mir das nochmal ein bisschen schöner verteilen kann, dass es auch alles mittig setzt. Normalerweise klappt das wirklich sehr, sehr gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, möchte mir das das nicht so verteilen, wie ich es gern hätte. Jetzt ist dieser Teil wieder so klein. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Das passt sonst wunderbar. Aber leider, leider bin ich da nicht sehr zufrieden mit dieser Ausrichtung. Aber wir können es ja manuell nochmal ein bisschen ranziehen. Ich werde das ja einfach nochmal ein bisschen nach oben schieben. Genauso wie dieses hier nach oben schieben. Und so bin ich doch schon relativ zufrieden damit. Es soll, wie gesagt, nur ein Beispiel sein, hier die Grundlagen zu lernen. Ihr könnt ja dann noch viele andere Sachen damit machen. Und damit es dann alles noch ein bisschen schick ist, auf der Seite verteile ich dann hier nochmal auf die Markierung für alle. Also ich habe es einfach mit Drag & Drop markiert für alle meine Schriften. Und kann dann hier bei Seite noch auf Vertikal zentrieren gehen. Und dann ist alles wirklich schön hier in der Mitte in dem Design verteilt. Dieses würde ich dann nochmal alles markieren. Und erstmal Steuerung G drücken und gruppieren. Dann ist es jetzt quasi ein Design. Ja, natürlich ist es jetzt wirklich nicht ganz so optimal. Hier ist natürlich das Leerzeichen. Und hier die beiden Leerzeichen wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also das kann man wirklich noch deutlich optimieren. Allerdings, wie gesagt, nur ein kleines Beispiel. Und ich ziehe es mir hier noch ein bisschen hoch, dass ich das hier oben habe am Design. Und das würde man dann relativ gut sehen auf dem T-Shirt. Nun ist es natürlich, ja, die Frage, wer spricht jetzt nun darauf an. Das ist jetzt natürlich jetzt ganz einfache Schriftart. Ganz einfach nur in weiß gehalten auf dunklen T-Shirt. Geht ja relativ gut in den meisten Fällen. Allerdings können wir jetzt hier noch so ein bisschen Special-Effekt, sage ich mal, einfügen. Dazu gehe ich ganz einfach auf Google. Und hier bei Google gehe ich, dann gebe ich einfach mal ein Blumenwiese zum Beispiel. Ja, da muss man sich mal fragen, an was denkt man denn nun, wenn man an Schmetterling denkt. Ja, also mir würde als allererstes Blumen einfallen, da Schmetterlinge ja eine Art Käfer sind und diese ja dann ihren Nektar da beziehen. Und dann würde ich mir einfach mal so ein Blumenbild herausziehen. Entschuldigung für den harten Cutter, ich bin leider auf den falschen Knopf gekommen. Ich muss das Ganze noch einmal wiederholen. Also ich ziehe jetzt mir hier einfach mal ein Blumenbild. Natürlich kann man sich dann auch ein Blumenbild aus Pixabay ziehen, die dann natürlich urheberrechtsfrei sind. Bei diesem weiß ist es jetzt nicht ganz genau. Aber für ein Falschbeispiel ist es nicht so schlimm. Und wir benutzen das Bild auch nicht per se, sondern wir wollen das noch nicht schließen, sondern wir wollen einfach nur die Muster, diese Blumen, dafür in dem Hintergrund haben. Da gibt es nämlich ganz schöne Special-Effekte, sage ich mal. Also ich werde jetzt hier, ich habe jetzt das Bild der Blumenhintergrund gerückt, mit diesem Symbol, die gewählten Objekte nach ganz unten absinken. So habe ich meine Schrift im Vordergrund. Jetzt markiere ich meine Schrift, schiebe diese wiederum nach hinten und markiere jetzt zudem noch dieses Blumenbild mit Shift. Und jetzt habe ich beide markiert, kann dann auf Rechtsklick gehen und dann beispielsweise eine Maske setzen. Und jetzt finde ich es immer ganz schick, jetzt hat man hier so einen schönen Effekt. Natürlich war das Bild jetzt nicht wirklich sehr scharf, das war jetzt keine gute Qualität. Aber man sieht, ist schon irgendwo ein cooler Effekt. Und wenn ihm da jetzt zu viel ist, weil jetzt sind doch hier doch teilweise sehr dunkle Stellen, dann soll der ein bisschen an ein Blumenfeld, an eine Blumenwiese erinnern. Kann ich zum Beispiel nochmal STRG-D drücken und dann dupliziert das nochmal, dann wird es ein bisschen heller. Und wenn ich das nochmal drücke, so und ich drücke es noch ein drittes Mal, so finde ich das eigentlich ziemlich schick. So sieht es gut mehr Used-Look aus als eine Blumenwiese. Allerdings finde ich das wirklich, ja, erstaunlich gut geworden. Vielleicht wende ich das auch für ein oder andere Designs nochmal mit an. Finde ich wirklich ganz schick. Der Text ist natürlich jetzt nicht so optimal gestaltet, aber wie gesagt, da könnt ihr euch ja wild ausleben, verschiedene Schriftarten austesten. Ist ja hier erstmal nur das Tutorial zum Lernen der Basics, wie ihr das dann weitermacht, liegt dann ganz bei euch. Ein kurzer Nachtrag. Wir wollen das Design jetzt natürlich noch exportieren. Jetzt war ich aber auch schon ganz schön schnell. Also bleibt noch dran. Und zwar möchte ich das jetzt als PNG-Datei haben, möglichst in einer schönen hohen Auflösung. Und natürlich dann auch in den Auflösungen, wie es denn am besten für Spreadshirt und Amazon MBA und den anderen Plattformen ist. Dafür drücke ich STRG, SHIFT und E. Dann komme ich hier in diesen Exportbereich. Jetzt kann ich natürlich die Zeichnung exportieren. Allerdings wäre die Zeichnung quasi alles. Und ich würde jetzt ja nur diesen Ausschnitt haben von Ich habe Schmetterlinge im Bauch, du frisst aber auch echt alles. Dann gehe ich hier auf Seite. Und dann würde es mir nur diese Seite hier exportieren. Ja, und dann stelle ich mir hier noch, jetzt ist ja das Problem mit der Bildgröße, die Höhe und Breite, stelle ich mir bei DPI 300 ein. Und schon bekomme ich das ganz automatisch. Eine Breite von 4.500 Pixel und eine Höhe von 5.400 Pixel. Und das ist genau die Höhe, die Breite, welche für Amazon als optimal gilt. Das ist zumindest für die T-Shirt-Designs so. Für die Hoodies sind das natürlich noch ein paar andere Höhen. Das kann man dann hier aber alles nochmal separat angleichen und wiederum exportieren. Ja, und dann kann ich mir das Ganze einfach einmal exportieren. Ich habe das jetzt hier auf meinem Desktop exportiert. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Ja, ich habe gerade natürlich gemerkt, dass, wenn ich es mir jetzt noch einmal angucken möchte, und es ist ein PNG, habe ich das natürlich nur als weiße Schrift dastehen. Das ist also jetzt nicht ganz so günstig. Ich müsste es natürlich nochmal hochladen. Aber wir können das Ganze jetzt einfach mal noch als File-Beispiel machen in schwarz. Das heißt, ich ziehe mir diese Designs nochmal fort. Diese drübergelegten Duplikate. Jetzt habe ich das nur als einzelnes Duplikat. Hebe die Maske auf, also Maske freigeben. Schiebe das Bild noch einmal in den Hintergrund. Nehme mir meine Schrift. Wähle diese nun in schwarz nehmen. Als Hintergrund belegen. Wieder markieren und die Maske setzen. Und dann habe ich es nun in schwarz. Und wenn ich jetzt hier nochmal zwei, vielleicht dreimal dupliziere, vielleicht auch nochmal ein viertes Mal, weil es ja doch noch relativ hell ist. Und das würde ja dann auf helle Designs kommen. Habe ich es dann so. Da habe ich dann einen schönen Effekt drin. Also das ist doch wirklich eine runde Sache. Und dies werde ich jetzt nun ebenfalls noch einmal duplizieren. Also exportieren. Und das nenne ich nun Tutorial Schmetterling in schwarz. Wer ist wieder auf den Desktop exportieren. Das dauert nur 1, 2 Sekunden. Und schon habe ich dann meine PNG-Datei. Und diese werden wir uns jetzt gleich noch einmal anschauen. Da sind wir auch schon bei der PNG-Datei. Also hier kann man es sehen. Wunderbar. Das kann ich dann bei Spreadshirt, bei Amazon MBA, bei RedBubble oder wo auch sonst so noch hochladen möchtest. Vielleicht auch bei TeePublic oder anderen Plattformen hochladen und verwenden. Wenn ich jetzt hier einmal nach links klicke, man sieht es ganz kurz. Das ist mit dem schwarzen Hintergrund. Allerdings da es ja weiße Schrift ist. Auf weißem Hintergrund sieht man das natürlich nicht so gut. Deswegen habe ich es jetzt noch einmal in schwarz gemacht, damit ihr das auch ordentlich sehen könnt. Also ist doch eigentlich wirklich ein ganz cooler Effekt. Ist vielleicht nicht ganz so gut für die Schmetterlinge. Ist ja ein bisschen ein zartes Wesen. Und so wirkt es ja doch schon sehr rau und sehr kräftig. Allerdings, wie gesagt, da könnt ihr euch wirklich total austoben. Mit diesem Masken-Effekt könnt ihr viel machen. Ihr könnt auch irgendwie eine Oberfläche benutzen, die einen gewissen Glanz besitzt, um da ein bisschen schön Glanz hinein zu bekommen. Also da kann man wirklich vieles, vieles machen. Ich habe allerdings bei Schmetterling an eine Blumenwiese gedacht. Deswegen dachte ich mir, okay, hey, ich benutze jetzt einfach mal eine Blumenwiese als Maske, um dann einen schönen Effekt zu erzielen. Das war es jetzt nun aber von dem Teil 3.1, meine lieben Freunde. Tut mir leid, das für die kurze Unterbrechung. Allerdings ist es ja doch ganz schön geworden. Und ich hoffe, du hast viel Erfolg in dem POD- bzw. T-Shirt-Business. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Es ist genug Platz auf dem Markt da, auch für dich. Es gibt mehr als genügend Kunden, die bedient werden möchten in unterschiedlichen Nischen. Und bleib einfach am Ball. Zieh wirklich durch. Mach dann von einer Nische wirklich 20, 30, 40 Designs. Lad die alle hoch. Da kommen wir nochmal genauer dazu im weiteren Teil des Tutorials für die ganzen Upload-Geschichten. Wie lade ich hoch? Wann lade ich hoch? Gibt es da noch gewisse Sachen zu beachten? Also es wird noch wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir doch bitte sehr gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, wenn du noch nicht Abonnent dieses Kanal bist. Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe, du schaltest nächstes Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst.